Och, nö. Das wird lustig. Nicht. Da war doch eben schon jemand, oder? Ja. Ja. Oh, ich hasse diese Lippe. Ist so gut. Und du Waste ist die Paddy. Das wird scheiße. Uff, uff, uff. Das wird scheiße. Das wird scheiße. Das wird scheiße. Das ist eine Scheiße. Das ist ein Schluck. F условnisch. Wann ist das? Uff, ein Problem! Was? Oh, das wird ne Kack-Runde, das wird ne Kack-Runde, la 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 Natürlich ist kein Scotshot mehr, fuck off LOL 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 Hallo Oh 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 ach komm was ist denn los jetzt aber meine fresse wow hab ich mich immer schrocken holy moly weißt du erstmal was zu tun? ach komm weißt du was ist mir doch egal raus jetzt hier kein Bock mehr auf die Runde und als viele penis la 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 und als viele penis la 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 Da rennt sie. Was? Komm. Oh. Das war's. Yo! Null? Nicht meine beste Runde, aber 4K ist 4K. Oh, der Gemspeed ist insane. Ok, so... Das ist nicht dein Ernst-Spiel. Das ist nicht dein fucking Ernst. Erst lande ich auf Leerys? Oh, hier ist ein Raccoon? Really? Oh Gott. Irgendwie habe ich so gar keinen Bock. Na gut, auf der anderen Seite. Sie erfinden dann ihre Todes. Das ist wahrscheinlich nicht so einfach, ne? Oh, da ist ja schon jemand. Oh. Hallo David. Du kannst da drüberspringen, nur so, by the way. Ria, weg mit der Palette. So, nutze dein E. Du bist ein David. Du hast eh hundertprozentig. Hundertprozentig. Oh Gott, die Skirt-Shooks sind alle nur auf der Seite. Ich kacke, ey. Das ist doch scheiße. Oh, holy moly. Getroffen. Getroffen. Ist doch schon ein Fizit-Mäusel. Und zack, wo seid ihr? Das ist doch nicht. Hast du kaum ein Spirit im Museum? Da hinten rennt einer, da kotzt einer, hierneben kotzt auch einer, da kotzt ein Felix. What the fuck? Was ist das? Ja, ich fett, die Anja hat so fette Hüften. Die Meg macht da oben ihr Totem weg. Oh, stopp. Da ist eine Person am Gym. Jetzt decken wir uns erstmal die hier. Achso, das ist der David. Oder wer ist das? Jo. Ah, der Tier ist hat so breite Hüften. Lalalalalala. Lalalalalala. Ihr gebt auf. Leute, ihr seid auf APD und ich bin die Seuche. Also, eigentlich könntet ihr hier Easy Life, Easy Game haben, ne? Okay. Jo. 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 Oh. Ach komm schon, warum? 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 Oh, ja, ja, ja. Das ist nicht möglich. Na, wollt ihr den Jack nicht mehr holen? Ah, okay. Dacht schon. Äh. Ach, toll. Scheiße. Ich höre dich. Ich höre dich. Was ist ein Weg? Was ist ein Weg? Zack! Ah, Flink! Was? Wow! Ich brauche endlich mal einen Toten. Was? 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 Ah! Ja... 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 Oh, 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 oh. Und... Oh, das ist es. Uff, uff, uff. Oh, Festtok, ja, das ist belastend. Stimmt, da war ich noch gar nicht. Ich muss noch unbedingt Barbecue auf. Drei. Drei. Das war's für heute.